Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video zum Oszilloskop. Schaut mal, was ich euch mitgebracht habe. Ein komisch hin und her laufendes Signal. Ein Sinus, der vor sich hinschwingt. So sieht es aus. Oder, wenn wir mal ein bisschen drehen, haben wir plötzlich so ein komisches Teil, das sich ineinander drehen zu scheint. Da gibt es bei TikTok, gibt es da glaube ich gerade Millionen Videos. Wenn man das nach links drehen sieht, dann denkt man mit der einen Gehirnhöft, wenn sich das nach rechts dreht, dann mit der anderen oder so. Ja, was das jetzt ist, wenn man das hinkriegt, so was, das nennt man Lisa-Schuh-Figuren. Das hat man vielleicht in der Physik schon mal gehört, Lisa-Schuh-Figuren. Das schauen wir uns heute mal an. Und dazu brauchen wir einen neuen Modus beim Oszilloskop, und zwar den XY-Modus. Bisher haben wir ja immer alles Spannung auf die Zeit betrachtet. Jetzt betrachten wir mal das Ganze mit X und Y. Wie das dann genau ausschaut, zeige ich euch gleich. Und weil uns Lisa-Schuh, wie gesagt, wir haben sie in der Physik in der Schule mal gehört, Lisa-Schuh, das ist was, das kann man auch so nicht lernen, das ist toll, das sieht witzig aus, wie ihr hier seht. Dreht sich, hat irgendwelche Eigenschaften. Wir schauen uns an, wie es entsteht. Und dann betrachten wir andere Dinge, weil mehrere verschiedene Frequenzen juckt uns in der E-Technik nicht. Wir schauen uns an, wie man damit Bauteile vermessen kann. Wir vermessen damit mal eine Diode im XY-Modus. Schauen uns eine Diodenkennlinie an. Fangen mit dem Widerstand an. Widerstand ist das Einfachste. Wir gehen dann ein bisschen weiter, schauen uns Kondensatoren und Spulen an, brauchen dafür einen Signalgenerator, der steht schon mal da hinten bereit. Wir müssen uns etwas mit galvanischer Trennung anschauen. Das erwartet euch alles heute in diesem Video. Und weil euch allen so gut gefällt, wie ich zeichne und ich ja den perfekten Sinus mache, was einige behauptet haben, ich wurde auch im Übrigen gefragt, das heißt Open Board, das Programm, kann man kostenlos runterladen. Wir haben ja beim Oszilloskop klassischerweise hier unsere Zeitachse aufgetragen und hier haben wir meistens unsere Spannung U aufgetragen. Wenn wir jetzt mehrere Kanäle anzeigen, haben wir jetzt hier oben zum Beispiel irgendwo eine Sinusschwingung oder wir haben irgendwo noch ein Dreieck und vielleicht noch irgendwo eine Sinusschwingung. Dann wird das Ganze immer farblich dargestellt. Nennen wir es mal Kanal 3, das Ganze nennen wir Kanal 1 und hier unten haben wir Kanal 2. Dann werden alle Kanäle auf dieser Spannungszeitbasis angezeigt. Jetzt gehen wir in unsere nächste Variante, die wir haben und zwar in unseren XY-Modus. Was bedeutet jetzt XY-Modus? Wir haben ein Koordinatensystem wie vorher, nur dass wir jetzt nicht die Zeit hier auftragen, sondern hier haben wir eine klassische X-Achse und hier haben wir klassisch die Y-Achse. Die X-Achse entspricht jetzt Kanal 1 und die Y-Achse entspricht Kanal 2. So wird der XY-Modus beim Ostsee dargestellt. Jetzt betrachten wir das mal mit zwei Sinussen. Kanal 1, Kanal 2, wir haben hier einen Sinus und wir haben auf Kanal 1 den exakt gleichen identischen Sinus. Jetzt zeichnen wir uns das Ganze mal in unsere XY-Koordinate hinein, also hier in unser XY-Diagramm und schauen uns einfach mal Punkt für Punkt an und hangeln uns hier so ein bisschen durch. Wir sind an der Zeit 0, an der Stelle 0. Wir haben bei Kanal 1 eine Spannung von 0, also hier und wir haben bei Kanal 2 auch eine Spannung von 0, also auch hier. Also malen wir uns mal hier ein kleines X hin. Jetzt gehen wir weiter, wir hüpfen einfach mal eine Viertelwelle weiter, wir gehen quasi an diesen Punkt hier und haben jetzt hier oben eine Spannung von, nennen wir es einfach mal, 1 bei Kanal 1. Also hier, malen wir uns einfach mal hin. Dann nehmen wir Kanal 2, schauen an der gleichen Stelle, also wir gehen hier gerade runter, sind an der gleichen Stelle, haben auch hier eine Spannung von Kanal 2 von, nennen wir es einfach mal 1. So, jetzt müssen wir diese zwei Punkte miteinander verbinden, dazu parallel verschieben wir die eine Achse, parallel verschieben die andere Achse und erhalten somit hier einen Schnittpunkt von diesen zwei Punkten, wo quasi Kanal 1 und Kanal 2 entsprechend diesen Spannungswort haben. Noch relativ unspektakulär, oder? Jetzt gehen wir weiter, an diese Stelle, haben hier wieder Spannung 0 und wenn wir unten auf Kanal 2 schauen, auch hier haben wir unsere Spannung mit 0. Wir sind also wieder auf diesem Punkt in der Mitte, 0, 0. Wir gehen weiter, haben hier die falsche Farbe, aber minus 1, wir zeichnen also an Kanal 1, hier hinten minus 1, das kann irgendeine Spannung sein. Das ist jetzt nur sinnbildlich, damit ihr wisst, wo ich hin will. Und wir haben an Kanal 2 hier hinten auch eine Spannung von minus 1 zum Beispiel. Wir verbinden wieder diese Linien und ihr wisst es schon, wo wir rauskommen, an dieser Stelle. Jetzt haben wir das Ganze relativ grob gemacht. Wir haben jetzt hier geschaut, hier geschaut, hier geschaut, hier geschaut und hier hinten sind wir wieder bei 0. Das Ostsee kann es, wie wir gesagt haben, ja viel schneller, das macht ja auch den Sinus richtig schön hin. Das heißt, es guckt hier an vielen, 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 vielen Punkten, was für eine Spannung ist dann der x-Achse, was für eine Spannung ist dann der y-Achse. Wenn wir uns jetzt quasi diesen grünen Punkt betrachten, wandert der quasi hier, wir haben ein bisschen was an der x-Achse, ein bisschen was an der y-Achse, der wandert quasi hier so hoch und wandert hier wieder runter. Der grüne Punkt wandert quasi die ganze Zeit hier hin und her. Wenn jetzt der Sinus total langsam wäre, unter dem Herz oder so, also ganz, ganz wenig Frequenz, dann könnte man richtig sehen, wie dieser grüne Punkt hier hin und her wandert. Da wir aber in der Regel eine höhere Frequenz haben, haben wir hier keinen grünen Punkt, der hin und her wandert, sondern wir haben im x-y-Modus dann einfach eine Gerade dargestellt. Das bedeutet, wir haben eine Gerade, die hier dargestellt wird, wenn unser Sinus auf Kanal 1 und unser Sinus auf Kanal 2 gleich groß sind. Jetzt gehen wir in Richtung Physik und betrachten uns mal diese unglaublich geniale Thematik Lissachou-Figuren. Wir schauen es uns einfach mal an. Ich erkläre es euch, wie es funktioniert und hoffe, dass ich es einigermaßen hingezeichnet kriege. Wir haben unsere Spannung, wir haben unsere Zeit, unsere Zeit, wir haben unseren Kanal 1 und wir haben jetzt auf unserem Kanal 1 einen Sinus drauf. Wir haben Kanal 2 und auf unserem Kanal 2 haben wir jetzt einen Sinus drauf, der im Vergleich zu dem Sinus da oben die doppelte Frequenz hat. Das heißt, er schwingt hier einmal hoch, einmal runter, einmal hoch, einmal runter. Der schwingt also doppelt so schnell wie der rote Sinus. Jetzt gehen wir wieder ganz normal durch und gucken uns die Punkte an. Am ersten Punkt haben wir bei beiden 0 und 0. Wir können also hier wieder ganz getrost einen Punkt hinmalen. Dann gehen wir mal an diese Stelle. Da haben wir jetzt bei blau, Kanal 2, Y-Achse, haben wir eine Spannung von 1. Wir gehen gerade hoch und haben beim roten Kanal eine Spannung von, nennen wir es mal, 0,5. Wir verbinden diese zwei Linien, landen also ungefähr hier. Wir gehen weiter an unserer Linie. Wir sind an dieser Stelle hier, haben wir eine blaue Spannung von 0. Sind wir also hier. Ich nummeriere jetzt mal die Punkte durch, damit wir dann wissen, wo wir hinkommen. 1, 2. Und die rote Spannung hat an dieser Stelle eine Spannung von 1. Wir haben also blau 0, rot 1. Hier haben wir also an dieser Stelle unseren Punkt Nummer 3. Wir gehen weiter und das mache ich jetzt im Schnelldurchlauf. Und der letzte Punkt ist wieder 0, 0. Und jetzt haben wir hier ganz viele Punkte und werden wir jetzt einfach mal nach Zahlen machen. Wir verbinden die Punkte mit Punkt 1, Punkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt bewege ich mich mal durch die Punkte und dann überlegt euch mal, was ich hier rauskriege. Ob ihr schon was erkennen könnt, wenn ich diese Punkte hier nachverfolge. Ich zeichne es euch mal nach. Das Ostsee macht es natürlich total genau und total schön. Wenn wir diesen Punkt nachzeichnen, kriegen wir folgende Figur raus. Eine 8. Und das wäre jetzt unsere erste Lisa-Schuh-Figur, die wir uns anschauen. Also wir haben, wenn wir eine Frequenz haben, mit Frequenz 1 und eine doppelte Frequenz haben, dann kriegen wir zum Beispiel eine 8 raus. Wenn wir jetzt eine dreifache Frequenz haben, hätten wir wahrscheinlich drei so Huppel drin. Dann hätten wir quasi eine 8 mit einem Bauch unten dran nochmal. Und so entstehen die Lisa-Schuh-Figuren. Und ich hoffe, das war jetzt einigermaßen vernünftig erklärt von mir. Wir brauchen das Thema in E-Technik oder in der Elektrotechnik, in der Messtechnik so gut wie nie. Wie gesagt, das ist an sich ein schönes Physikbeispiel. Ich hoffe, ich habe euch jetzt damit grob mal erklären können, wie diese Lisa-Schuh-Figuren entstehen. Wir schauen uns jetzt was anderes an, was auch in diese Richtung geht, aber nicht mit mehreren Frequenzen zu tun hat, sondern wir haben ja in der E-Technik in der Regel immer ein Thema, das ganz, ganz häufig auftaucht. Dieses Thema kennen wir. Und zwar haben wir einen Sinus auf Kanal 1 zum Beispiel. Und der Sinus auf Kanal 2 hat eine ganz tolle Eigenschaft. Und zwar ist der einfach mal irgendwie versetzt. Das ist der identische Sinus, nur versetzt. Bedeutet in der E-Technik, der Sinus ist phasenverschoben. Der Nullpunkt von dem Sinus ist um den Nullpunkt von dem Sinus her versetzt. Und das Ganze hier wäre eine sogenannte Phasenverschiebung. Und das nennen wir Phi. Phasenverschiebung Phi. Wir haben zwei identische Sinusse, die einfach einen verschiedenen Nullpunkt haben. Die sind nicht am Nullpunkt überschneidend, sondern der zweite Sinus, der blaue Sinus, läuft einfach einen Tick später los. Wie sieht das Ganze jetzt in unserem XY-Diagramm aus, wenn wir den phasenverschobenen Sinus haben? Wir hatten ja zuerst gesagt, bei unserem allerersten Sinus, da kriegen wir einen geraden Strich 45 Grad. Wenn wir uns das jetzt aber an unserem Sinus mit Phasenverschiebung anschauen, schauen wir mal, was passiert. Wir haben an der Stelle 0 eine rote Spannung, Kanal 1 von 0. Und wir haben Minus 1 bei Kanal 2. Also wir sind ungefähr hier. Das heißt, der grüne Strich Nummer 1, grüne Punkt Nummer 1 wäre auch an dieser Stelle. Dann hüpfen wir weiter zur nächsten Stelle. Hier haben wir eine rote Spannung von 1. x-Achse ist 1 und y-Achse ist 0. Also hier sind wir an der Stelle bei der y-Achse. Somit haben wir hier unseren Punkt. Es geht weiter. An der nächsten Stelle haben wir wieder x von 0 und y hier oben von 1. Wir sind also an der Stelle hier oben. Wir gehen weiter, haben wieder x von minus 1 und y von 0. Sind also wieder an der Stelle. Und hier hinten 0 und minus 1 landen wir quasi wieder da unten. Wir kommen jetzt gar nicht mal mehr hier in unseren Nullpunkt. Wir sind hier nicht mehr in dieser Nähe. Denn jetzt passiert was total Cooles. Wir haben hier genau 90 Grad Phasenverschiebung. Und bei 90 Grad Phasenverschiebung kriegen wir hier einen wunderschönen Kreis. Wenn ich es mit dem Ostsee mache. Und das Ganze mache ich jetzt. Ich zeige es euch direkt am Ostsee. Es ist einfach wunderbar, wie ich euch das jetzt hier mit dem HDMI-Eingang von dem Ostsee zeigen kann. Wir haben jetzt hier einen Signalgenerator Nummer 1 mit einer Frequenz von einem Kilohertz hier rechts angezeigt. Wir haben Signalgenerator Nummer 2 mit einer Frequenz von einem Kilohertz. Wir schauen uns das Ganze jetzt erstmals noch im YT-Modus an, damit ihr seht, wovon wir reden. Wir haben jetzt hier zwei Sinusschwingungen. Und man kann sehen, der Nullpunkt ist der identische. Wenn ich jetzt hier an Kanal 2 die Startphase ändere, ich drehe die hier mal hoch, die Startphase, dann kann man erkennen, dass unser Sinus, der blaue Sinus, nach hinten so einen Tick wegläuft. Wir ändern also die Phase. Wenn wir zum Beispiel 180 Grad Phasenverschiebung eingeben würden, hätte man genau ein komplett phasenversetztes Signal, wie wir das auch kennen. Bei 90 Grad Phasenverschiebung hätte man das Signal, das ich euch vorher gerade aufgezeichnet habe. Das wäre der Sinus, den ich euch aufgezeichnet habe, nur jetzt halt eben in schön. Wir stellen die Signale wieder zurück auf Nullgrad Phasenverschiebung. Um jetzt von diesem YT-Modus auf den XY-Modus zu gelangen, gibt es bei dem den Knopf Acquire bei dem Oszilloskop. Und ich habe oben den Timebase-Mode. Und den kann ich jetzt von YT auf XY umschalten. Und schon erhalte ich den XY-Modus dargestellt. Jetzt sieht das Ganze so aus, wie wir es eigentlich auch uns überlegt haben. Wir haben einen 45-Grad-Strich. Also die Signale sind komplett in Phase. Und jetzt können wir uns anschauen, was cooles passiert, wenn wir eine Phasenverschiebung reinpacken. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal direkt 90 Grad ein, so wie ich es euch vorher dargestellt habe. Und tada, wir haben einen wunderschönen Kreis. Bei 180 Grad haben wir auch einen tollen Effekt. Da haben wir eine komplett phasenverschobene Sinusschwingung. Das heißt, der 45-Grad-Strich geht komplett in die andere Richtung. Bei 270 Grad wieder derselbe Effekt. Wir haben einen kompletten Kreis. Und 360 wäre ja wieder Null. Da ändert sich nichts. Da haben wir wieder unseren 45-Grad-Strich. Und wenn wir jetzt unsere Phasenverschiebung von Hand ein wenig durchdrehen, kann man wundervoll erkennen am Bild, der Kreis öffnet sich. Wir haben also eine Ellipse die ganze Zeit. Und bei 90 Grad haben wir eben unseren perfekten Kreis. Dann schließt sich die Ellipse in die andere Richtung, öffnet sich wieder. Und bei 360 Grad haben wir dann wieder unseren 45-Grad-Strich von vorhin. Nun kommen wir dann auch schon gleich zum coolen Thema heute im Video. Und zwar den Bauteiltester bzw. Dioden-Kennlinien aufnehmen usw. Davor machen wir aber noch was anderes, damit wir es auch gemacht haben. Damit ihr seht, wovon ich rede. Wir haben jetzt überall einen Kilohertz eingestellt. Generator 1 und Generator 2 haben wir einen Kilohertz. Jetzt stelle ich mal den Generator 2 auf 2 Kilohertz. Allein Phase muss ich machen, damit es phasengleich ist. Und guckt es euch an, wie schön. Guckt, wie toll. Wir haben den 8er, den liegenden, die liegende 8, die ich euch aufgezeichnet habe. Also wir kriegen natürlich auch Lisa Schuhfiguren hin. Wenn wir die dreifache Frequenz nehmen, wie ich euch gesagt habe, also 3 Kilohertz, dann kriegen wir da quasi zwei so Huppel hin. Beziehungsweise, wenn wir es jetzt phasenverschoben mit 0 Grad machen, sieht es so aus. 90 Grad Phasenverschoben. Da kriegen wir dann unsere drei Huppel hin. Da können wir jetzt alle möglichen Lisa Schuhfiguren machen. Und wir kriegen es da sogar hin, wenn wir das Ganze jetzt bei der Phase verschieben, dass wir entsprechend ein drehendes Bild hinkriegen, so wie ich es euch am Anfang des Videos gezeigt habe. Jetzt haben wir Lisa Schuhfiguren auch hinter uns. Nun hüpfen wir wieder zurück zu unserer Theorie. Ich erkläre euch mal ein bisschen was zum Thema, wie man Bauteile testet. Wir wollen zum Beispiel eine Diodenkennlinie aufnehmen oder auch eine Widerstandskennlinie. Und zwar geht es da immer darum, um eine UVI-Kennlinie. Ich will also bei irgendeinem Bauteil eine Spannung draufgeben und schauen, wie viel Strom fließt bei folgender Spannung. Jetzt betrachten wir das Ganze mal bei ganz normalem Widerstand. Den kennen wir, da wissen wir, wie es läuft. Wir nehmen eine Spannungsquelle und schalten Widerstand an diese Spannungsquelle, der Widerstand R. Und nun haben wir eine Spannung, die an diesem Widerstand abfällt mit U. Und einen Strom, der durchfließt, der gleich I ist. Jetzt haben wir hier hinten eine Quelle mit U0. In dem Fall ist U0 gleich U. Und wir haben das Umsche gesetzt. Wir können also ausrechnen U gleich R mal I oder I gleich U durch R. Wir kommen also auf den Strom, auf den Widerstand. Wir haben ein lineares Verhältnis. Jetzt können wir diese Spannungsquelle änderbar machen. Dann können wir quasi uns die Spannung hoch und runter drehen. Dann wird das Ganze so ausschauen. Nehmen wir jetzt mal konkrete Werte an. Ein Kiloohm. Wir haben eine U0-Spannung von 0 bis 10 Volt. Dann tragen wir das Ganze jetzt auf eine Kennlinie auf. Wir haben hier unsere Spannung U. Und hier unseren Strom I, der fließt. Wir haben eine Spannung 0. Und bei einer Spannung von 0 fließt auch ein Strom von 0. Wir sind also hier an dieser Stelle bei 0. Wenn wir eine Spannung von 1 nehmen, fließt ein Strom von I gleich 1 durch 1000. Nehmen wir mal da oben an. 1 durch 1000 wäre 1 Milliampere. Bei einer Spannung von 2 Volt, das Ganze hier oben, 2 Milliampere. Bei 3 Volt, hier oben, 3 Milliampere. Und das Ganze kann man erkennen, geht so weiter. Wir haben also hier einfach eine Gerade. Das wäre die Kennlinie von unserem Widerstand. Wir haben eine lineare Kennlinie. Das sagt uns ja auch schon. Das Ganze umschuldig gesetzt. Das Ganze wird jetzt ein Tick spannender, wenn wir das mit einer Diode zum Beispiel machen. Denn eine Diode hat ja eine gewisse Spannung, wo die erst mal sperrt. Also in die eine Richtung lässt sie durch, in die andere Richtung sperrt sie. Aber selbst dieses lässt sie durch, macht sie nicht sofort. Sondern das benötigt eine gewisse Spannung, damit eine Diode erst mal durchschaltet. Ist ja kein ideales Bauteil leider. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal mit einer Diode an. Wir haben also hier unsere Spannungsquelle und schalten hier unsere Diode hinein. Wir haben wieder hier unser U0. Das können wir wieder von 0 bis x Volt einstellen. Dann fällt an der Diode eine Spannung ab. U-Diode. Und es fließt ein Strom durch die Diode. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir das Ganze messtechnisch hin. Und da gebe ich euch jetzt ein paar ganz coole Tipps, wenn wir das alles richtig, richtig toll hinkriegen. Es macht recht Spaß. Also so eine Dioden-Kennlinie aufnehmen, ist eine tolle Arbeit. Wir haben U0, eine veränderbare Spannung. Das kriegen wir total easy hin. Und zwar mit unserem Signalgenerator. Unser Signalgenerator gibt uns zum Beispiel einen Sinus aus. Das heißt, die Spannung geht von 0 irgendwo hoch und geht sogar ins Negative runter. Wir können beim Signalgenerator plus minus 20 Volt oder so einstellen. Und dann fährt uns der Signalgenerator mit dem Sinus diese Spannung gratis hoch und runter. Wir könnten auch ein Dreieck nehmen. Dann haben wir auch einen linearen Spannungsvorlauf. Aber das macht uns ganz gratis der Signalgenerator, diese veränderbare Spannungsquelle. Jetzt müssen wir weiterdenken. U0, die Spannung an unserer Diode, die können wir uns jetzt auch abmessen. Und zwar nehmen wir einfach unseren Tastkopf, den wir haben. Und schließen diesen Tastkopf einfach hier oben an, einmal hier und einmal hier unten an. Somit hätten wir jetzt auch schon die Spannung gemessen. Ziemlich cool. So einfach können wir die Spannung über die Diode messen. Das Ganze nennen wir jetzt einfach mal Kanal 1. Und nun wird es spannend, denn ich habe euch gesagt, wir haben ein Problem. Ein Oszilloskop, so teuer das Ding ist, das kann nur eine Spannung messen. Leider keinen Strom. Jetzt müssen wir uns irgendwas überlegen, wie wir jetzt den Strom messen können. Und das Ganze machen wir jetzt vereinfacht so, da der Strom eh einigermaßen begrenzt wird. Das Signalgenerator, der ist eh nicht so gut und der kann eh nicht so viel Leistung treiben. Wir packen hier einfach noch einen Widerstand dazu. Und dieser Widerstand, R, an dem fällt jetzt eine Spannung ab, UR. Und diese Spannung, die an dem Widerstand abfällt, ist abhängig von dem Strom, der durch den Widerstand durchfließt. UR gleich I mal R. Also unser rotes I. Und desto mehr Strom hier durchfließt durch unseren Widerstand, desto höher ist die Spannung, die abfällt. Wir können also umrechnen, I gleich U durch R, UR durch R und kommen so, wenn wir jetzt zum Beispiel den Widerstand von 1000 Ohm wählen, wir nehmen jetzt einfach mal wie oben an 1000 Ohm, würden wir sozusagen direkt umrechnen können, 1 Volt entspricht 1 Milliampere auf unserem Oszilloskop dann. So, jetzt können wir also den zweiten Tastkopf nehmen und schließen vom zweiten Tastkopf, Kanal 2, schließen jetzt wieder unser Signal hier an und unsere Masse vom Tastkopf schließen wir hier unten an. Und jetzt überlegen wir uns, was wir im letzten Video gelernt haben. Das Oszilloskop ist so aufgebaut, dass diese Außenleiter, die Masseanschlüsse des Koaxialkabels, was haben wir gesagt, wer kann sich daran erinnern, die Anschlüsse von diesem Außenleiter, die sind geerdet. Da war ja was mit Stromschlag und Tod und Verderben, deswegen müssen die ja geerdet sein. Was so viel bedeutet wie, dieser Anschluss hat einen Kurzschluss mit diesem Masseanschluss hier unten. Wenn wir also hier einen Kurzschluss zwischen hier und hier haben, haben wir auch einen Kurzschluss zwischen hier und hier. Somit ist der Widerstand kurzgeschlossen. Bringt uns nichts, wenn etwas kurzgeschlossen ist, fällt keine Spannung ab. Dann müssen wir das Ganze umdrehen, ist ja kein Problem. Können wir ja machen, wir haben ja hier ein Radiergummi, wir drehen das Ganze um. Wir nehmen nicht den Anschluss, sondern wir drehen das Ganze einfach um. Wir gehen mit unserer Plusleitung hier hin und mit unserer Masseleitung gehen wir hier oben hin. So, perfekt. Jetzt haben wir auf der sicheren Seite, jetzt haben wir eigentlich quasi gewonnen. Wir haben hier Masse und wir haben hier Masse. Wir können also hier eine Spannung messen und wir können hier eine Spannung messen. Die Spannung hier unten geht zwar in die andere Richtung, da zeige ich euch dann noch, wie das mit Invertieren funktioniert. Die Spannung da unten geht zwar in die andere Richtung, aber das stört uns noch nicht. Jetzt könnte es eigentlich soweit funktionieren. Naja, jetzt gibt es nur noch mal Punkte und sieht die Suppe versalzt. Und zwar haben wir hier vorne ja, wie wir gesagt haben, einen Signalgenerator dranhängen. So, und dieser Signalgenerator, jetzt könnt ihr mal dreimal raten, was dieser Signalgenerator für einen Anschluss hat. Richtig, dieser Signalgenerator hat hier vorne BNC. Das heißt, wir haben hier wieder eine Außenleiter und wir haben hier so einen Innenleiter, so einen Koaxialstecker wieder. Bedeutet also, der Außenleiter von unserem BNC ist natürlich geerdet. Unsere Massen vom Ostsee sind natürlich geerdet. Das heißt, der Punkt und der Punkt hat schon wieder einen Kurzschluss. Jetzt ist unser Widerstand schon wieder kurz geschlossen. Jetzt wird es schon langsam echt ärgerlich. Jetzt stehen wir da, weil jetzt können wir wieder keinen Strom messen, weil unser Widerstand schon wieder kurz geschlossen wird. Und jetzt sind wir bei einem Punkt und da müsst ihr jetzt wichtig aufpassen. Das ist ein sehr interessanter und wichtiger Punkt. Und zwar müssen wir jetzt das Ganze, damit es funktioniert, der Begriff lautet galvanisch trennen. Wir müssen quasi den Signalgenerator abkoppeln, dass der uns nicht hier hineinspucken kann. Und das Ganze funktioniert mit dem sogenannten Trafo. Wir nehmen einfach einen Trenntrafo und stecken den Signalgenerator an. Und da aber kaum jemand ein Trenntrafo daheim liegen hat, nehmen wir hier einfach irgendwie eine ganz normale Trafo-Wicklung. Trafo 1 zu 1, Trafo 1 zu 1. Ihr könnt da zum Beispiel, wenn ihr was rumliegen habt, ein Magnetic nehmen von einer Netzwerkkarte, von einer alten, die runterlötet. Ihr könnt eventuell, wenn die Leistung reicht, irgendwie eine Standardspule nehmen von 220 auf 12 Volt oder so. Dann habt ihr zwar nicht 1 zu 1, aber es geht auch. Oder ihr könnt zum Beispiel irgendwelche Audiospulen nehmen. Damit habt ihr quasi jetzt den Anschluss hier separat. Das heißt, unser Signalgenerator arbeitet hier vor sich hin. Wir haben hier den Massebezug auf PE. Und hier, dieser Anschluss hat keinen Bezug mehr auf PE. Wir haben ja hier keine Verbindung. Wir haben hier eine Spule, wir haben einen Trafo dazwischen. Also können wir jetzt tatsächlich die Spannung messen von dem Widerstand hier unten. Also unseren Strom ausrechnen mit dieser Formel. Und wir können zum Beispiel die Diodenkennlinie aufnehmen. Das Ganze mit der Diodenkennlinie ist jetzt noch ein bisschen zu kompliziert, denke ich mal. Wir gehen also mal in die Richtung, dass wir sagen, wir haben hier unseren Generator, unsere Trafo dazwischen. Dass wir jetzt einfach mal einen Widerstand nehmen, 1K als Bauteil. Wir machen einen Bauteiltester. Der Bauteiltester sagt uns dann ja praktischerweise, was für eine Spannung da dran liegt. Wir haben hier unsere U0, unsere Klemmenspannung. Wir haben hier unsere U-Bauteil. Und wir haben hier unsere Ui, weil es die Spannung ist, die dem Strom entspricht. Und damit ihr euch nicht zu todelangweilt mit dem ganzen Rechnen und Zeichnen, bauen wir es jetzt mal auf und ich zeige es euch in der Praxis. Jetzt haben wir hier einen Testaufbau, wie versprochen. Ich zeige euch das jetzt mal hier am Foto, dann kann man das Ganze besser erkennen. Ich habe einmal hier einen Trend-Trafo dazwischen. Das ist einfach so ein Übertragler, so ein Koppler, den habe ich rumliegen gehabt von irgendeinem Schaltnetzteil. Ich komme hier mit meinem Signalgenerator BNC auf meinem Hightech-Adapter in dieses Brettboot rein. Gehe hier über den Koppler und habe jetzt hier einmal einen Widerstand hier oben. Das wäre mein Bauteil, das ich gar nicht testen möchte. Gehe quasi einmal von dem Widerstand nach unten und habe hier jetzt meine Krokodil-Klemme dran. Das wäre quasi diese gemeinsame Masse, die ich gesagt habe, die wir haben. Und auf der anderen Seite haben wir noch einen zweiten Widerstand, das wäre dieser 1 Kiloohm, unser Messwiderstand für den Strom. Und dann Kanal 2 messe ich hier unten nun unseren Spannungsabfall über den Widerstand, wie ich ihn euch aufgezeichnet habe. So, jetzt gibt es zwei Dinge, die ich euch erstmal erklären muss. Punkt Nummer 1, wir gehen auf Kanal 1. Ich habe hier an den Tastköpfen den Teiler 1 zu 10 eingestellt, an beiden Tastköpfen. Und das war letztes Mal beim letzten Video schon kurz kritisiert worden. Es gibt natürlich eine Einstellmöglichkeit hier unter Verstärkung. Ich kann natürlich hier einstellen, was für ein Teilerverhältnis der Tastkopf hat. Ich gebe hier 10-fach ein und dann skaliert hier unten die Spannung vollautomatisch. Da muss man sich nicht überlegen und umrechnen und so. Und dasselbe natürlich auch für Kanal 2. Jetzt habe ich euch gesagt, der Spannungspfeil geht in die falsche Richtung bei Kanal 2. Wir messen ja von unten nach oben hier bei dem Widerstand. Und das Ganze ist jetzt ein bisschen ungünstig, weil dann unsere Kurve nämlich so aussehen würde. Ich habe es euch genau anders schon eingezeichnet. Wir müssen also den Kanal einmal invertieren, damit die Spannung wieder passt. Also der Invertiert-Schalter macht quasi aus dem negativen Vorzeichen ein positives und aus dem positiven Vorzeichen ein negatives. So, jetzt sind wir hier. Wir haben ein Signal und wir haben tatsächlich, wie wir es gesagt haben, unsere gerade 45-Grad-Kurve. Und jetzt schauen wir das Ganze mal an. Wir haben hier unten die Wider von 2 Volt. Bedeutet, wenn wir hier 2 Volt anliegen haben, haben wir auch in der Y-Achse 2 Volt. Bedeutet, wir haben in dem Fall 2 mA fließen. 2 Volt, 2 mA, 1000 Ohm. Kommt mit der Rechnung ungefähr hin. Und das Ganze rüber geht skaliert. Hier drüben haben wir 4 Volt, 4 mA. Wir haben eine wunderschöne lineare Kennlinie. So, jetzt die Frage. Wenn ich noch einen zweiten Widerstand parallel zum ersten Widerstand schalte und wir haben dann also nicht mehr 1000 Ohm, sondern wir haben dann plötzlich, wenn wir zweimal 1000 Ohm parallel schalten, haben wir plötzlich 500 Ohm. Ich habe also den halben Widerstand. Halber Widerstand bedeutet gleichzeitig halber Widerstand, gleiche Spannung, doppelter Strom. Die Kennlinie hüpft nach oben. Wir haben also hier bei 2 Volt plötzlich 4 Volt in der Y-Achse und 4 Volt entsprechend 4 mA. 2 Volt, 4 mA, 500 Ohm. Also wir haben jetzt so zum Beispiel schon mal total wunderschön eine Widerstandskennlinie aufgenommen. So, und jetzt züpfen wir gleich ins Kalte und schließen direkt eine Diode an. Was können wir jetzt hier Wundervolles erkennen? Erstmal noch wenig, weil wir müssen noch ein bisschen skalieren. Wir können erkennen, dass diese Diode in eine Richtung, und zwar in die negative Spannungsrichtung, hier fließt kein Strom. Wenn da ein Strom fließen wird, wird der Strich nach unten oder oben weggehen. Das heißt, in die negative Spannungsrichtung fließt schon mal kein Strom durch die Diode. In die positive Richtung können wir hier aber erkennen, da geht ein Pfeil nach oben, da fließt Strom. Und bei welcher Spannung jetzt der Strom anfängt zu fließen, können wir jetzt hier total schön ablesen. Von unserer Kennlinie, wir haben jetzt hier 200 mV Skalierung, das heißt bei 200, 400, bei 600 mV, kann man hier erkennen, bei 600 mV fängt der Strom langsam an zu fließen, und geht dann relativ steil nach oben weg. Und das wäre so eine ganz, ganz, ganz klassische Dioden-Kennlinie. Wenn wir jetzt das Ganze noch mal mit einer 10er-Diode machen, jetzt habe ich eine 10er-Diode hier, und ich weiß nicht, wer das weiß von euch, wie eine 10er-Diode funktioniert, aber bei einer 10er-Diode sieht es folgendermaßen aus, in die Richtung der Diode lässt sie den Strom fließen, so wie wir das quasi gerade eben schon gesehen haben, und in die Gegenrichtung fließt auch ein Strom, aber erst, wenn wir eine gewisse Spannung überschritten haben. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Diode ist, wir bauen sie einfach mal ein und kriegen jetzt folgenden Verlauf zu sehen. In die negative Richtung sind wir bei 500 mV, 200 mV brutale, 200, 400, 600, wieder bei 600 mV fängt die Diode an, den Strom zu leiten, also in die eine Richtung, genauso wie wir es gerade eben hatten, und in die andere Richtung, müssen wir mal ein bisschen rüberschieben, damit wir das besser skaliert kriegen, in die andere Richtung haben wir hier 500 mV, also 500, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, so ab 3 Volt in etwa, hätte ich gesagt, vielleicht schon ein bisschen davor, 2,5 Volt, ab da fängt die Diode an, den Strom zu leiten. Da kann man jetzt wunderschön diese Dioden-Kennlinie von einer 10er-Diode erkennen. Und nun haben wir hier dazwischen drin keine gerade Linie, sondern ein Kreis, oder halt irgendwie was, ein Auge, das uns hier anguckt. Und jetzt ist meine Frage an euch, das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob jemand weiß, warum wir jetzt hier plötzlich keine Linie haben, wie wir es bei der Diode vorher gehabt haben, sondern, warum wir jetzt hier plötzlich einen Kreis haben, oder ein Auge haben, das uns anguckt. Die Diode selber hat es nicht. Außer, und jetzt kommt nochmal was ganz was Spannendes, außer ich zoome weit hinein, dann habe ich plötzlich auch ein Auge, das mich anguckt. Und jetzt meine Frage an euch, bitte in den Kommentaren reinschreiben, wer das weiß, warum habe ich hier ein Auge drin? Und damit die Antworten ein bisschen leichter fällt, gucken wir uns jetzt noch ein anderes Bauteil an. Wir hatten jetzt einen Widerstand. Der Widerstand gibt uns eine gerade Linie aus. Haben wir vorhin gesehen. Widerstand, gerade Linie. Jetzt gibt es noch andere Bauteile, die wir haben in der Elektrotechnik. Und zwar, in dieser passiven Bauteilewelt gibt es natürlich noch einen Kondensator. Und es gibt eine Spule. Was passiert jetzt, wenn wir einen Kondensator an das Ganze schließen? Der Kondensator verursacht uns in der Elektrotechnik einen interessanten Effekt. Und zwar verursacht der Kondensator eine Phasenverschiebung. Und jetzt aufgepasst, wer erinnert sich an den Anfang des Videos? Was passiert, wenn wir eine Phasenverschiebung zwischen zwei Sinussignalen haben? Wir kriegen einen Kreis. Bedeutet, der Kondensator gibt eine Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom. und daher kriegen wir jetzt auf unserem Diagramm einen Kreis. Wenn wir statt des Kondensators eine Induktivität anschließen, bekommen wir dasselbe. Wir bekommen genauso einen Kreis dargestellt. Und mit dieser Information, dass wir durch diese Phasenverschiebung von einem Kondensator oder einer Spule einen Kreis bekommen, bzw. ein Auge bekommen, das uns anschaut, könnt ihr vielleicht die Frage beantworten, warum wir auch bei unserer Diode so ein komisches Auge kriegen, das uns anschaut. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wer jetzt da reingeschaut hat, bitte auf jeden Fall ein Abo dalassen. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Wünsche zu Videos habt, einfach in die Kommentare schreiben. Vielen, vielen, vielen Dank und nächste Woche kommt dann die nächste Serie zum Thema Oszilloskope. Ciao! Oszilloskope. 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 Vielen Dank.